Äh... Äh... Oh, Heavybleed! Ja. Du? Ja. Ja, nice. Random Effect am Anfang des... der Runde. Ich gleich mal meine Brust und meinen Kopf heilen. Ja, äh, achso, wir wollten ja darüber... Problem ist, dass hier... Böse Menschen... Ja, da vorne kann wer gespawnt, ja, ja. Aber darüber wollten wir, wollten wir in den Keller. Oder so. Ja, darüber ist halt der Keller. Äh, Parkhaus, man. Ich muss ja auch noch. Mir egal, wir können auch Parkhaus rüber gehen. Ja, ja. Vielleicht mal... Change it up und so. Okay. Viel Spaß da drüben. Oh, warte. Ich hab's vergessen da heute. Kurz den Porno-Download ausschalten hier. Das kommt manchmal ganz gut, ja. Wow. Das Abendessen. Ja, danke. Auf, oben drauf, oben drauf! Ja, ich seh's schon! Fuck! Alter! Wo ist das Ton? Das ist irgendein Bot. Oben auf dem Bunker mittig. Irgendwas schießt noch auf mich. Tagela sein. Ich glaub, es ist Tagela oben. Ich... Rechts von uns? Ja, ja, ich hör's, aber ich seh's nicht. Ich hab keine Ausdauer gerade, ich muss kurz recken. Oh! Oh, fuck! Meine Waffe ist auf. Sehen wir hinter dem roten Container hinter uns? Hab ich gut angehittet. Fuck! Brauch Hilfe dringend! Oh! Bist du tot? Nein! Irgendwas hinter mir! Bist du tot! Bist du tot! Bist du tot! Bist du tot! Ich dich doch! Scheiße! So, du wolltest in den Untergrund, hast du gesagt, ne? Ich wollte in den Untergrund. Dann müssen wir uns hier runter beeilen. Alter! Zwei Brüche! Hast du eine Splinte dabei in Alu? Ja, ja. Zeig mir vor lauter Euphorie. Ich hab mir eben die Beine gebrochen. Weil ich so vor Happiness hochspringen wollte. Ich werde für euch aber trotzdem mal wieder heller machen. Alter! Das ist eine M1. Ging das auf dich? Weiß ich nicht. Das könnte Kluha sein. Warte mal, ich mach kurz trotzdem mal drüben heller. So. Aber da schießt noch wer anders auf den gerade. Oh fuck! Oh, hab schon keine Beine mehr. Komm weg dann! Ja, ja. Warte. Ich muss nur sprinten. Ich wurde von der Hausecke da drüben beschossen. Soll ich Granate rüberschmeißen? Ne, ne, ne. Viel zwei weg, viel zwei weg. Ja, ist weg. Ich muss sprinten. Ja. Ich hab keine Beine mehr. Das heißt, ich muss kurz beide Beine surfen. Okay. Dann mach das erstmal bevor wir runter. Du könntest oben decken, falls einer reinkommt und eine Nade runterwerfen will. Also nicht hochgehen, sondern nur... Ja. 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 Ich bin tot. Oh shit. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich blute. Oh, ich muss kurz meinen Kopf versorgen, Alter. Ich hab was gehört. Das müsste immer noch Untergrund sein. Sollen wir gehen? Also hingehen? Können wir, klar. Ich bin zwar noch ein bisschen angefragt, aber... Ist das alles unten? Das hört sich aber an wie vor uns, ne? Nee, das muss unten sein. Ja, rechts von uns läuft. Da sind Raider noch. Hast du noch Nades? Ich hab keine mehr. Ja, eine hab ich noch. Ja, er ist hier in dem großen Raum. Hier liegen auch so viele Tote. Ich glaube, er ist im zweiten Raum. Ich flankier den mal. Sag mir, wenn der anfängt sich zu bewegen. Ich glaube, er hat sich bewegt schon. Alte Dinge, viele Tote. Bewegt sich. Fuck, bin tot. Hier ist noch ein zweiter. Da sind zwei. Deine, genau. Ich hab den da sitzen sehen. Der andere ist im zweiten Raum. Fuck. Nice. Du hast irgendwas gekillt. Den zweiten Typen gibt es noch. Pass auf. Ja, halbes Magazin. Also einfach mal den da vorne looten am Eck. Da liegen ein paar Tote. Vielleicht haben die Munition für dich. Vorne am Eck? Du meinst jetzt hier vorne, ne? Ah, hier da. Nee, nee, andere Richtung. Äh, ja, sorry. Da. Nee, alles richtig. Ach, ist das für ein Arsch hier, ne? Ja, Britt! Nächster Raum. Da kannst du nicht durch. Jetzt ist er auch rechts um die Ecke, mein Gott, oh Gott. Jawoll. Heil dich, heil deine Brust. Nimm dir Zeit, heil die Brust. Das ist wichtig, gut. Das ist wichtig. Ich würde nochmal ein Propi nehmen, weil du musst heilen. Kosten ja nix die Finger. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Du hast nicht ADS'n dürfen. ADS auf so kurze Distanz ist immer, das bringt sich so raus vom Aim. Aber guck, wo macht der in der Ecke? Den hast du in der richtigen Sekunde gepusht. Scheiße. Da liegt so viel Loot rum jetzt. Schwierig. Ich hab halt null Ahnung, wo hier die, äh, wo hier die Kackdinger sind. Zum Glück kenne ich die Minenspots auswendig. Ja, danke auch. Ich weiß zumindest, dass auf Stein keine Minen sind. Das ist zumindest eine Sache. Deswegen bewege ich mich jetzt blöd auf den Steinen, weil ich keine Ahnung hab, wo diese scheiß Minen sind überall. Dass der mich nicht gesehen hat, ist, äh, ein Wunder. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Was war er? Was gab? Was war er? 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 Oh, er hat er? Was war 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 er? War er? Was 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 war er?